Als Darka-Kriege werden mehrere militärische Konflikte zwischen dem Volk der Dekka und dem expandierenden Römischen Reich unter den Kaisern Domitian und Trajan bezeichnet. Sie endeten mit der Annexion Dakinens durch die Römer. Die Dekka lebten in den Karpaten im Gebiet des heutigen Rumänien. Vorgeschichte Die ersten beiden Regierungsjahre des Kaisers Domitian waren von innenpolitischen Problemen geprägt, die zu einer ersten Welle von Verbannungen und Hinrichtungen führten. Zu den Opfern dieser Säuberungsaktion gehörten Titus Flavius Sabinus und eine Reihe von Männern, die Domitians verstorbenem Bruder Titus nahe gestanden hatten. Im Jahr 83 begab sich Domitian nach Mainz um von dort aus einen Angriffskrieg gegen die Tschetten zu führen. Begründet wurde diese Aktion mit der allgemeinen Bedrohungslage für die Provinz die von diesen Stämmen ausging. Von mindestens ebenso großer Bedeutung dürfte für Domitian die damit verbundene Gelegenheit gewesen sein. Seine innenpolitische Stellung durch den Beweis seiner Virtus Imperatoria und Sieghaftigkeit zu stärken. Der Feldzug verlief erfolgreich und endete mit der Dedition der bedingungslosen Unterwerfung der Tschetten. Domitian nahm den Siegerbeinamen Germanicus an und ließ Münzen mit der Aufschrift Germania Capta prägen. Mit letzterem verbunden war die Umwandlung der germanischen Militärbezirke in die beiden Provinzen Germania Superior und Inferior. Die Gebietsgewinne waren freilich nicht beträchtlich. Vielmehr war es um die Arrendierung bereits gewonnener Landstriche im südwestlichen Germanien gegangen. Dennoch propagierte Domitian, dass er hier mit einem Erfolg errungen hatte, der selbst Augustus versagt geblieben war. Domitians zunehmend harte Haltung gegenüber den Stämmen und Föderaten im Vorfeld des Reiches mögen dazu beigetragen haben, dass der darkische Fürst die Urpaneus eine antirömische Koalition gründete, die entweder bereits im Winter 85 86. oder erst im Sommer 86. in die römische Provinz Mysia einfielen. Die genauen Umstände sind jedoch immer noch unbekannt. Der Provinzstadthalter Opius Sabinus fand in den folgenden Kämpfen den Tod. Die römischen Auxiliarlager an der Donau wurden überrannt und in der Provinz kam es zu Plünderungen und Brandschatzungen. Die Dakar-Kriege Domitians Domitian ließ unverzüglich Truppen aus den umgebenden Provinzen zusammenziehen und begab sich persönlich an die Front. Die neuen imperatorischen Akklamationen des Kaisers deuten darauf hin, dass die Invasoren noch im Jahr 85 wieder über die Donau zurückgeworfen werden konnten. Domitian zog sich daraufhin nach Rom zurück und feierte Anfang 86 einen Triumph. Um die Niederlage des Sabinus zu rächen brachen die römischen Truppen im Sommer 86 unter der Führung des Praetorianer Präfekten Cornelius Fuscus zu, einer Strafexpedition in das darkische Gebiet auf. Die Donau wurde wahrscheinlich bei Fuscus mittels einer Schiffsbrücke überquert. Anschließend bewegte sich das Herr entlang dem Lauf des Alutharn nach Norden auf die Südkarpatten zu. Am roten Turmpass wurde Fuscus jedoch vernichtend geschlagen. Er verlor in der Schlacht das Leben. Die komplette Ausrüstung seiner Armee sowie zahlreiche Gefangene fielen in die Hände des Diurpanäus. Diese erneute Niederlage schmälerte das römische Ansehen bei den Donaustämmen und schwächte auch die innenpolitische Stellung des Kaisers. Domitian kehrte deshalb noch im selben Jahr nach Mysien zurück. Im folgenden Feldzug der durch Cornelius Nigrinus geführt wurde, konnte die Urpanäus ausgeschaltet werden. Ende 86 war der Kaiser wieder in Rom, doch verzichtete er diesmal auf eine Siegesfeier. Ein anderes Ereignis innerhalb Darkiens sollte dem Konflikt jedoch bald eine entscheidende Wendung geben. Duras, der Fürst eines südwestdarkischen Königreiches, war nämlich um das Jahr 85 zugunsten seines Verwandten des Belles zurückgetreten. An dieser Stelle sei angemerkt, dass einige Rekonstruktionen der Ereignisse nicht von einer Ausschaltung des Diurpanäus im Jahr 86 ausgehen. Stattdessen wird es als wahrscheinlich erachtet, dass der zurückgetretene Duras mit Diurpanäus gleichzusetzen ist. Karl Strobel weist diese Deutung jedoch entschieden zurück. Mit des Belles kam eine politisch und militärisch hochqualifizierte Persönlichkeit auf den Thron, die großes Verhandlungsgeschick und charismatische Züge trug. Nachdem sich Des Belles im Jahr 86 noch neutral verhalten hatte, zeigte sich bald, dass bezüglich seines Status als Klientelfürst keine Einigung erzielt werden konnte. Domitian reagierte darauf mit massiven Umstrukturierungen in den Donau-Provinzen und neuen Kriegsplänen. Ein Jahr später versuchte der Legat Tertius Julianus vom Banat aus nach Sameisgetusa, dem dakischen Machtzentrum, vorzustoßen. Trotz mehrerer Erfolge wurde der Feldzug jedoch abgebrochen. Gründe hierfür mögen hohe römische Verluste oder auch einfach die zu weit fortgeschrittene Jahreszeit gewesen sein. Während der Kämpfe um Dakin waren die germanischen Stämme der Quaden und Markoman in ihrer Verpflichtung, den Römern Truppen zu stellen. Nicht nachgekommen, was einem Zusammenbruch des Föderatensystems in diesem Gebiet gleich kam. Die Gefahr, die diese untreuen Stämme darstellten, veranlasste Domitian vor dem geplanten Daka-Krieg im Jahr 89 eine Strafexpedition ins Barbaricum zu unternehmen, die jedoch scheiterte. Die Markomanen schlugen die römischen Truppen in die Flucht, was nun auch die J.C.G. zum Kriegseintritt bewog. Diese Niederlage schwächte Domitians Ansehen in Rom besonders stark. Da er selbst an der Front anwesend war und das Scheitern somit ihm selbst angelastet werden konnte. Die Kluft zwischen der Selbststilisierung des sieghaften Kaisers und der Realität wurde trotz vieler im einzelnen rationalen Regierungshandlungen immer größer. Nach diesen zahlreichen Rückschlägen blieb Domitian keine andere Wahl, als Disbellis im Jahr 89 einen Kompromissfrieden anzubieten, um Zeit zu gewinnen. Ein zentraler Punkt des Kompromisses war die Anerkennung des Disbellis als Vasallenkönig von ganz Dakin. Zusätzlich schloss er die Zahlung von Subsidien an Disbellis sowie den Transfer von ziviler und militärischer Technologie mit ein. Erst dieser Friedensvertrag erlaubte es Disbellis ein gesamtdarkisches Königreich zu schaffen, das erste seit dem Reich des Burebista. In der Folgezeit versuchte Domitian mit diplomatischen Mitteln eine zweite Front gegen die Markomanen und Quaden in deren Rücken zu errichten. Die beiden bedrohten Stämme reagierten mit einer Erneuerung ihres Bündnisses mit den Jaysicin, die im Jahr 92 in römisches Gebiet einfielen. Nachdem die Legio 21 Repex von ihnen aufgerieben wurde, eilte Domitian wieder persönlich an die Front, um die Situation zu stabilisieren. Sein Sieg über die Jaysicin war vollständig, sodass sich dieses Volk erst im Jahr 107 ein Hundertachtel gegen Rom erhob, als es sich von Trajan betrogen sah. Die anschließenden Kämpfe gegen Markomanen und Quaden konnten jedoch zu keinem befriedigenden Ergebnis geführt werden und endeten mit einem Waffenstillstand. Vor Bemerkung zu den Daka-Kriegen Trajans Viele Ereignisse der Daka-Kriege Trajans sind auf den Reliefs der Trajans-Säule in Rom dargestellt. Allerdings ist die Interpretation dieser Bildzeugnis nicht einfach, da die Darstellungen nicht zuletzt auch propagandistischen Zwecken dienten und oft idealisiert sind. Hinzu kommt die Tatsache, dass viele schriftliche Quellen zur Ere Trajans verloren sind. So zum Beispiel auch die Kommentaridebeles Dachitschis von Trajan selbst. Die erhaltenen schriftlichen Quellen bieten eher spärliche Informationen. Der erste Daka-Krieg Trajans 100 ein Hundertzweitel. Kaiser Trajan, der für seine Herrschaftslegitimation auch eines überzeugenden militärischen Erfolges bedurfte, begann schon im Jahr seines Regierungsantrittes mit der Vorbereitung des nächsten Daka-Krieges. Die reichen Gold- und Erzvorkommen Dachins dürften einen weiteren Anreiz dargestellt haben, das Land zu erobern. Ob schon dieser Aspekt nicht überbewertet werden sollte, zu den Kriegsvorbereitungen gehörte auch ein massiver Ausbau der Infrastruktur in den betroffenen Regionen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist die Begradigung der Donau-Südstraße durch die Fertigstellung einer bereits unter Tiberius begonnenen Kunststraße, durch die felsigen Regionen am südlichen Donau-Ufer im Bereich des Eisernen Tores. Da die Stromschnellen des Eisernen Tores auch für die Schifffahrt ein großes Problem darstellten, wurde zusätzlich ein 3,2 Kilometer langer und 30 Meter breiter Schiffskanal in dieser Gegend angelegt. Die Makomanen und Quaden waren bereits im Jahr 98 wieder in das Föderatenverhältnis zurückgekehrt, nachdem sie während der Regierungszeit Nevas im 3. Panonischen Krieg von den Römern besiegt worden waren. Als Trajan von ihnen Truppenaufgebote verlangte, hielten sie sich an ihre Vereinbarungen. Dies war insofern von größter Wichtigkeit für Trajan, da es auch die Gefahr eines Mehrfrontenkrieges bannte. Damit war es Trajan möglich, starke Verbände des Reichsheeres für den kommenden Dakerkrieg bereitzustellen. Eröffnet wurde der Feldzug im Jahr 101. Die Hauptstreitmacht des Kaisers brach von Viminatium aus auf und überschritt die Donau mittels einer Puttobrücke bei Lederradda. Der Vormarsch im feindlichen Gebiet war er langsam, da die Römer das eroberte Gebiet sukzessive ausbauten und sicherten. Bei Tapet kam es zur einzigen Feldschlag dieser Kampagne, da Disbellis bis zu diesem Zeitpunkt eine offene Konfrontation vermieden hatte. Als die darkische Niederlage absehbar wurde, zog Disbellis seine Truppen geordnet zurück. Gleichzeitig begann auch die darkische Offensive im Raum der unteren Donau, die gemeinsam mit den verbündeten Roxolanen durchgeführt wurde. Die römischen Kräfte waren jedoch stark genug, um diesen zwei Fronten Krieg zu gewinnen. Damit hatte Disbellis sein wichtigstes Kriegsziel verfehlt. Es war ihm nicht gelungen, Trajan zur Räumung Dakiens zu zwingen. Als Monument zur Feier des Sieges über die Invasoren in Mösien bauten die Römer das Tropium Trajani bei Adam Klessi. Im Frühjahr 102 nahm Trajan die Kampfhandlungen wieder auf. Er selbst stieß mit der Hauptstreitmacht über Tapet in Richtung Samaisgetusa vor, während die untermösischen Heere den Raum der Südkarpaten angriffen. Nach drei erfolgreichen Feldschlachten konnten die Truppen Trajans letztlich die darkische Festung bei Kostesti stürmen. Etwa gleichzeitig eroberte der römische Befehlshaber Manius Laberius Maximus ein weiteres darkisches Herrschaftszentrum. Nach diesen Kampfhandlungen bot der darker König seine Unterwerfung an, konnte dabei aber relativ günstige Bedingungen aushandeln. Disbellis durfte das Hochland behalten, musste aber seine Festungen schleifen. Damit war der 1. Darker Krieg Trajans abgeschlossen. Trotz aller Erfolge war auch hier klar, dass der erwartete große römische Sieg ausgeblieben war ein Umstand, der wohl der zunehmenden Erschöpfung der römischen Truppen geschuldet war. In der Folgezeit bauten die Römer ihre Stellungen in den besetzten Gebieten weiter aus. An der Stelle der späteren Kolonia Ulpia Trajana Samaisgetusa wurde ein großes Legionslager errichtet. Ein weiteres äußerst bedeutsames Werk war der Bau der 1,2 Kilometer langen Donaubrücke bei Drobita unter der Leitung von Apollodor von Damaskus in den Jahren 103 zu 105, einem Meisterwerk antiker Baukunst. Der 2. Darker Krieg Trajans 105, 106. Nach weiteren umfassenden Rüstungen begann Trajan im Jahr 105 seinen 2. Darkerkrieg mit rund 15 Legionen und zahlreichen Auxiliarverbänden. Des Belles, dem die römischen Kriegsvorbereitungen nicht verborgen geblieben waren, hatte seinerseits die Bergfestungen wieder in Stand setzen lassen und die Jacegen aus den ehemals darkischen Gebieten an der oberen und mittleren, teils vertrieben, die im 1. Darkerkrieg Trajans an diese verloren gegangen waren. Im Jahr 105 reagierte er mit einem Präventivschlag gegen die römischen Stellungen auf seinem Gebiet. Gemäß dem Bildbericht der Trajans-Säule scheint es ihm gelungen zu sein, in einige Auxiliarlager einzudringen. Das große Legionslager an der Stelle der späteren Kolonia Ulpia Trajana Samaisgetusa hingegen wurde zwar beschädigt, konnte aber nicht gestürmt werden. Durch ein fingiertes Kapitulationsangebot gelang es Des Belles anschließend den römischen Befehlshaber Pompejus Longinus gefangen zu nehmen. Sein Versuch Trajan hiermit unter Druck zu setzen, scheiterte als sich Longinus das Leben nahm. Trajan gelang es die Lage wieder vollständig unter Kontrolle zu bringen, sodass Des Belles im Jahr 106 kaum mehr zu offensiver Kriegsführung gegen die römische Übermacht fähig war. Vermutlich wurde auch noch im Jahr 105 DK Sekunden große Militärlager bei Apollum errichtet, welches das Des Belles verbleibende Gebiet gegen Norden abschottete. Die Trajansäule zeigt auf den Bildern zum Beginn der Offensiven im Jahr 106, dass zahlreiche Bevölkerungssteile und ehemalige Verbündete des Des Belles nun zu Trajan überliefen, was von den Römern natürlich entsprechend propagandistisch ausgewertet wurde. Die Römer kämpften sich nun systematisch gegen Samaisgetusa vor. Ein Kapitulationsangebot des Des Belles wurde abgelehnt, sodass der Dakar-König kurz darauf gezwungen war Samaisgetusa aufzugeben. In einer entlegenen Festung, die noch nicht eindeutig lokalisiert ist, versuchte er den letzten Widerstand zu organisieren. Aber auch dies stellte nur noch ein kurzes Zwischenspiel dar. Mit einigen wenigen Vertrauten versuchte Des Belles am Ende nach Norden zu entkommen. Doch die Auxiliarreiter der ALA II Pannoniorum Veterana unter der Führung des Unteroffiziers Tiberius Claudius Maximus holten ihn schließlich ein. Um der Gefangennahme zu entgehen schnitt sich Des Belles die Kehle durch. Diese Szene wird zwar auf der Trajansäule dargestellt, doch konnte Tiberius Claudius Maximus erst identifiziert werden. Als man 1965 seinen Grabstein im Norden Griechenlands entdeckte, als Belohnung dafür, dass er Trajan den Kopf des Des Belles überbrachte, wurde Maximus zum Dekurio befördert. Die Errichtung der römischen Provinz Dakin Im besiegten Dakin wurde nun eine römische Provinz geschaffen, die mit dem untergegangenen Dakischen Reich nur noch wenig gemein hatte. Vielfach wurde sogar angenommen, dass Trajan beinahe das gesamte dakische Volk entweder deportieren oder töten ließ. Um das Land anschließend neu besiedeln zu lassen. Dies ist wohl übertrieben, ob schon es zu großen Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur kam. Während sich viele Bevölkerungssteile und auch Mitglieder der dakischen Eliten auf die römische Seite geschlagen haben dürften, so wurden doch die alten Hierarchien beseitigt. Die zentralen dakischen Orte wurden aufgelöst und an ihrer Stelle kleinere nunmehr dörfliche Siedlungen errichtet. Ebenso wurden sämtliche alten Adelssitze zerstört. Beeindruckend ist auch das nahezu vollständige Verschwinden der alten dakischen Religionen selbst im Vorfeld der neuen römischen Provinz. Große Teile der waffenfähigen männlichen Bevölkerung, die nicht zu Kriegsgefangenen geworden war, wurde in das römische Heer eingezogen. Ein übliches Verfahren, um die Wehrfähigkeit eines besiegten Stammes zu senken und gleichzeitig die Schlagkraft der römischen Armee zu erhöhen. Es kam auch zum Zuzug von römischen Siedlern und zur Ansiedlung von Veteranen auf dem Gebiet der neuen Provinz. So wurde im Jahr 109 Colonia Ulpia Traiana Sameisgetusa an der Stelle des bereits erwähnten Legionslagers gegründet. Die Provinz sah ihre ersten entscheidende Krise bereits im Jahr 116, als die Roxolanen und Jaysicin mit erneuten Angriffen auf das römische Staatsgebiet begann. Da ein Großteil des Heeres entweder durch den großen jüdischen Aufstand und den immer desaströser werdenden Paterfeldzug des Kaisers im Osten des Reiches gebunden waren, konnte nur ungenügend Gegenwehr geleistet werden. Erst Traians Nachfolger Hadrian sollte es gelingen, die Situation wieder zu stabilisieren, allerdings unter der Aufgabe der Randgebiete der Provinz in der großen Wallachai und am unteren Muresh. Das zentrale Dakin blieb römische Provinz bis es durch Kaiser Aurelian aufgegeben wurde. An ihrer Stelle richtete er in Mösien die Provinz Dacia Ripensis ein, wozu später südlich davon die Provinz Dacia Mediterranea kam. Die frühere Annahme einer Kontinuität einer dakisch-römischen Bevölkerung nach der Aufgabe der Provinz im Gebiet des heutigen Rumänien ist in der jüngeren Forschung umstritten. Die frühere Annahme einer Kontinuitätin